Einen flauschigen Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und in der heutigen Video, wie auch gesagt, in der heutigen und jetzigen Runde, werden wir Muskelkater einmal komplett vergollen. Ich bin zu blöd, um hier hoch zu gehen. Wir brauchen nur noch ein kleines bisschen, beim Looten wird das wahrscheinlich passieren. Wenn wir Muskelkater komplett Gold haben, das bei Level 220, werden wir, glaube ich, TNTiner mit der Gold-Variante freischalten. Schreibt mir auch, wie immer unter diesem Video, habt ihr schon den Muskelkater komplett vergoldet oder bei welchem Level seid ihr gerade. Falls ihr natürlich nicht verpassen wollt, wie TNTiner komplett Gold aussieht oder Sky oder auch die goldene Banane, auf die schwitze ich auf jeden Fall hin, dass wir die hier freischalten können auf meinem Account. Die Season wurde ja bis, glaube ich, in Juni verlängert, von daher können wir das auf jeden Fall schaffen. Der Balken nähert sich dem Ende zu. Wir brauchen nicht mehr viele Kisten. Also 10 auf gar keinen Fall. Danke, dass du mir hier alles abstaubst. Ich nehme die Kiste mal hier um und der rennt mir einfach straight hinterher. So nicht für mein Jung. Okay, werden wir jetzt Level 220 im Bus freischalten, dass wir jetzt... Das sind echt solche Leute hier, ne? Jetzt aber. Komm. Level 220 und ist trotzdem noch nicht ganz vergoldet, was herzlich wenig Sinn macht, weil der Schwanz vom Kater, der ist noch nicht ganz vergoldet. Ich habe jetzt einfach mal die Runde gelieft. Und wir sollten gleich in der Lobby ankommen und TNTina freischalten. Die rüsten wir natürlich gleich aus, genauso rücken, als es war. Die TNTina werden wir jetzt, ja, schön vergolden. Und wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, dann abonnieren, Glock aktivieren. Und wenn ihr mich einfach kostenlos unterstützen wollt, gerne einen Credit Code eintragen. Wenn er wieder rausgefallen ist, könnt ihr den auch gerne wieder eintragen. Ansonsten, ihr braucht nichts kaufen, könnt einfach nur irgendwas eintragen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns montags, mittwochs und freitags um 15 Uhr. Haut rein und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.